wieder an der zeit die hände zu pflegen ich habe mir gerade die nägel gefällt jetzt erstmal hier noch den rest ab machen und später lackieren ich freue mich schon käppchen läuft auch schon was will man mehr in der zwischenzeit bin ich auf die idee gekommen diesen schützen pflege balsam einfach mal als ersatz für das set in lips zu verwenden was soll ich sagen es ist funktioniert auch zwar ist das set in lips trotzdem ein ticken pflegender wahrscheinlich auch wegen der schier butter aber ich sag mal dieser schützende balsam pflegt die lippen in wintertemperaturen auch beziehungsweise es schützt sie und da kann man dann auch zur not ausweichen nichtsdestotrotz ist das mein favorit für die lippen aber das ist auch ein kleiner helfer der sowohl für hände als auch füße und auch lippen ein retter sein kann genau also die die das set bei mir schon erworben haben sie können das gerne mal ausprobieren und mir berichten passiert davon halten da würde ich mich auf jeden fall über das feedback freuen